Oder muss ich bei den Eltern stehen? Ich weiß es nicht. Jetzt noch genug Dünger drin. Ja, also bei den wichtigsten Sachen bei den Akku-Bern auf jeden Fall. Ja. Dann brauchen wir später nur noch Licht oben. Aber nochmal habe ich geild dran gedacht, bei unserem Vogelpalaster, ne? Ja. Schau mal hier, da wird ein riesen Haufen, ey. Plupp. Der Junge wurde doch hier gerade irgendwie gekackt, da. Hier auch. Ja. 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 Wir haben so viel Dünger, ey. Und das ist jetzt auch an der Tür ja auch betriebsbereit. Ja, stimmt. Kann man ja die Kabel ja hier mal verstecken. Können wir machen, ja. Aber verstecken, nicht abreisen. Ja. Ja. Oh, vier Steine eingesammelt. Mhm. Achso, eigentlich könnte ich das auch da machen. Immer auf Hight, ne? Ja. 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 Na gut, ja. Was denn? Die Funken sieht man jetzt mal bei der Steckdose hier. Ja gut, das ist ja nun... Oh, hier habe ich ein vertikales Stromkabel gebaut, das kann ich nicht verstecken. Ne? Ne. Da müsste ich jetzt schnell ein anderes wahrscheinlich bauen und das dazwischen setzen. Oh. Verdammt. Hab ich das wahrscheinlich noch mit der Tasche drin gehabt. So normal ist sowas. Ja, normal ist. Vertikal. Aber verstehst du nicht an der Aussage? Ne. Ne. Was verstehst du nicht an der Aussage? Ne. Was ist das denn? Hier läuft irgendwas draußen rum. Na du. Natürlich hast du nur... Boah ey. Okay. Was brauchen wir denn? Ein hohes nach oben, ne? Vertikal. Puh. Der Baba macht das schon. Okay. Das war das Stromkabel hier. Das war das Stromkabel hier. Okay. 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 Ja. Ne. Was denn jetzt? Ähm. Guck mal wie kurz das nur ist. Hä? Da musst du noch eins ziehen. So. Ich mach doch was. Keine Sorge. Ich mach so ein Verbindungskabel daran. Wird ja sowieso versteckt. Ich mach da nicht noch vertikal ist. Na ja passen die nicht zusammen weißt du. Dann passt die ganze Höhe nicht mehr. Ne 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 ne. Auch geil. Was ist das? Diagonal. Können wir hätten das? Ach ne das war das glaube ich. Können wir. Ja genau. Das ist das. Ich hoffe dass er das erkennt. Ach schön dass es wieder geht. Und es sagt nicht an uns. Hä? Und nicht an dir. Wurde ich doch nicht sagen. Hast du gesagt. Ah. Dann können wir das andere. Die Tür wieder wegnehmen. Äh. Geht auch mal aus. Hat aber grün gemacht. Äh. Aber die Steckdose ist betriebsbereit. Stimmt. Äh. Die auch da vorne. Das ist alles betriebsbereit. Warte mal. Es ist immer noch betriebsbereit. Tatsächlich. Kann das gleich mal aussehen wie das. Ja. Immer auch. Und jetzt nicht mehr. Ne. Okay. Jetzt ist es nicht mehr. Ach lol. Aha. Das vertikale Muster hin. Oh Gott. Es ist auf jeden Fall angeschlossen. Warum das jetzt nicht gelb gezeigt wird weiß ich nicht. Ähm. Solange alles betriebsbereit ist. Auch hier hinten die. Dann lassen wir es also. Dann verstecken wir die jetzt. Probier mal dann bei den Öfen hier ab du da ankommst. Ich komm da nicht so ran. Sonst müssen wir die Tiere nehmen. Hä? Ah. Ich krieg das eine Kabel nicht erwischt. Hä? Ich hab die ja versteckt bekommen. Bei dem. Hä? Bei den Öfen? Oh. Oh. Dann müssen wir nachher gucken wenn es dunkel wird ob das so passt. Ähm. Ähm. Wo denn bei den Öfen? Ach da bei den Öfen. Ein bisschen nicht einfach auf den oben drauf gesprungen. Ich bin schon mal da abgerutscht. Suntige Füße? Ja. Ach guck mal was läuft denn hier. Ein Muschups. Was finde du? Ach. Hier komm ich nicht ran. Au. Hey. Warum hafst du das? Ich will denen helfen. Da hinten ist ein Spritzer. Hier ein Spucker. Ja. Ja. Ja toll. Das ist genau der in die Arme gilt. Hier ist auch eine Steckdose. Ja. Was machst du? Zum Glück ist er schneller hey. Da komm ich nicht an. Ne. Ich kann es auch nicht ran. Ich will erst mal gucken ob die Intensität bleiben soll oder willst du es auch so runter schalten. Wie das andere. Mal gucken wenn es richtig dunkel ist. Oh. Das sieht aber auch. Guck mal. Schön. Richtig arme Sammler. Das ist doch mal was schönes oder? Ach unser Bilo. Ne. Ah ja. Oh. Einen hier noch. Oh. Uiuiuiui. Reifeprozess. 40%. Okay. Doch das ist doch gut so. Jetzt wird noch die andere Seite. Und wenn hier Gegner kommen weißt du dann BAM 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 BAM. Und dann müssen wir noch mal eine Stehlampe aufbauen. Wie die überhaupt ist. Ja. So. Hä. Immer noch eine Minute. Hä. Weiß ich grad schon eine Minute. Immer eine Minute 45. Ach echt soweit. Okay. Dann muss ich ja wirklich mal die ganze Minute hier zugucken. Und mal gucken was passiert hier. Äh. Äh. Ich mach nichts. Hauen heißt nicht streicheln. Hey Will. Mhm. Boah. Kann eine Minute lange dauern. Hier. Oh. Oh. Dann geht die große Scheißerei los. Oh. Hey. Schnell. Noch 15 Sekunden. Komm, komm, komm. Weiß ich was dann passiert. Keine Ahnung. Braucht Zuwendung. Jetzt ist da erstmal was. Da ist ein Schnuller. Hä. Kuscheln. Wahrscheinlich eh drücken. Äh. Ich möchte von dir versorgt werden. Ja. Du hast es oben. Ich. Oben steht das ja eh drücken. Oben steht da. Da steht von deinem Namen. Macker. Oh. 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 Präge. Plus 50 Prozent. Ah. Okay. Was bringt das? Prägung. Weiß nicht. Boah. Wahrscheinlich wenn du es nicht gemacht hättest, dann wäre es meiner geworden. Keine Ahnung. Ob es mehr Leben gibt oder so? Ich glaube wenn du dir anklickst, damit du das Inventar hast. In der Mitte unten Vorfahren anzeigen. Ja. Ich glaube da ist irgendwas mit der Prägung. Ne. Kreatur Abstammung. Ja. Da sehe ich doch nur wer da ist. Ahnenlinie einfach nur. Ah ne. Zufällige Mutationen. Was sind denn Mutationen? Ich glaube dass die da auch anders farbig werden können. Eioioioi. Ehm. Ja gut. In einer halben Stunde brauchen wir es wieder. Kein Problem. Musst dich halt drum kümmern Papa oder Mama eher gesagt. Naja jetzt ja. Sollen wir noch. Wir brauchen jetzt ja. Wenn wir nochmal überlegen. Ich weiß nicht. Für die eine Seite brauchen wir noch Strom. Ja. Wollen wir da Kabel noch überlegen einfach? Ich weiß es nicht. Das ist ja das Problem. Du kriegst dich so schwer darüber gelegt. Andauert musst du hier mit diesem Kackzeug da auch mal hantieren. Ja und sonst machen wir halt nochmal so ein Solardenk hin. Oder? Ja und da ist die Frage kriegen wir die noch überhaupt alle gebaut. Ja. Bis auch mal das Zeit. Naja genau. Aber die Frage jetzt machen wir ein oder zwei gleich Solarkollektoren. Weil wir wollten bei Olaf jetzt auch mal drauf ballern. Ach so ja. Klar. Ne. Weil dann müssen wir da irgendwie gucken. Da wollen wir ganz schön viel wieder. Weil da wollen wir glaube ich Kristall. Kristalle brauchen wir auch wieder. Und viel Elektronik brauchen wir nämlich dann wieder. Wahrscheinlich auch wieder Perlen. Weil so viel Perlen glaube ich haben wir nicht mehr. Unbedingt. Hier bei Holz. Ja. 600. Gut Perlen hätten wir vielleicht sogar noch. Wir müssten mal Elektronik herstellen. Einfach mal vorsichtshalber schon mal. Ja. 150 müssen wir nicht machen. 150 ey. Das kannst du ja wieder nach oben auswählen oder? Kann das sein? Naja ich wog grad hier. Also jeweils drei Perlen brauchen wir dann. Warte mal. Also 150 mal 3 sind 450. Warte ich bring die mal mit. Warte mal. Warte warte. Lass mich doch erstmal eins. Einfach einfach. 1, 2, 3, 4, 450. Halbieren. Hapsch. Wie viel Metall? 150. 1, 2, 1. Ja also 150. Das haben wir noch nicht fertig gebrannt. Das dauert glaube ich noch. Das dauert wohl. Ach wir haben noch draußen extra noch mal einen. Wir haben noch draußen noch unseren Dings auch noch. Unser zwei Öfen. Ja. Da bring ich erstmal jeweils 100 Holz überall rein. Ich hab schon mal 45 eingelegt. Wo rein? Also ja. Ich guck mal das hier noch drüben unsere anderen Öfen noch mit angeschmittenen Kriege. Die hat irgendwie wie viel Holz der überhaupt noch drin ist. Warum packt er die wieder nicht zusammen? Das macht er nicht. Nein. Hast du Metall dabei? Nein wegen 200 Holz nicht. Nein. Ich hab ja 200 mal dabei. Ich will jetzt auch gleich nochmal 200. Ich hab jetzt aber die Holzkohle auch mitgenommen. Holzkohle ist noch weg. Da. 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 Dann öffnen. Dann öffne Finally, einfach mal wieder rein und relativ ein bisschen zurück. Dann wäre ich mal wieder rein. Vielen Dank.